Ja, ich wollte euch mal hier das Spiegel-Tape zeigen, was bei Brain dabei ist. Das ist ja von M3, aber ey, das ist total schweineweich. Hier. Wie kann man das am besten sehen, so. Das ist relativ weich. Ich kann es hin und her bewegen. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich hab noch eins von Microbeast, so ein dünnes, ja, mal damit versuchen, ob es damit besser ist. Jo, ich mach das mal eben ab. Hier, das, warte mal. Boah, was ein Scheiß. Ja. 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 Wissen. Ja. 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 Dad. Ja, ich hab ja mal abgedrekt. Schauen wir mal, ob das besser ist. Ach, ja, ja, ja. Was ein Scheiß. Das muss man gerade drauf machen. Oh, viel besser. Da bewegt sie nichts mehr. Ne, was ein Unterschied. Da kann ich fast gar nichts mehr bewegen. Ja, mach ich mal einen Probeflug mit. Ich lag ja eben hier so ein paar Akkus. Na, mal schauen. Dann gucken wir mal, ne.